Das war's für heute mit Show Unterwegs, wir sehen uns nächstes Mal wieder, Baba! So, fahren wir, komm! Willst du es nicht noch einmal machen? Das war ein bisschen so demotivierend, nicht? Du, ich hab heute Geburtstag, ich muss arbeiten, ehrlich gesagt, nein, ich will es nicht noch einmal machen. Weißt du was, ich mach dir einen Vorschlag, mein Geburtstag ist, ich laupe dir einen in den Family Park und dann mach ich die Modulation noch einmal, ok? Echt? Family Park? Ja! Baust, das ist der Deal! Ey, Christoph, wart! Gesuv, ich find's super, dass du mit mir daher kommst, danke! Weißt du was, ich hol dir noch was zum Trinken weiter, ok? Ok, nimmst du mir was mit? Ja, passt! Hi! Zwei Wasser, bitte! Wo ist das denn jetzt schon wieder? Das gibt's ja nicht! Ah! Oh yeah, I'm cruisin', baby! Cruisin' through the Family Park! Rezi, ich huhe den Meden Traktor an! Rezi, ich huhe den Meden Traktor an! Yeah! Rezi, ich huhe den Meden Traktor an! R-îm! Rezi, ich huhe den Meden Traktor an! Rezi, wir schau! Rezi... Rezi, wenn du Kollegen gesehen hast, so groß, Bord, bisschen... bissen... ok, danke! Ja, da bist du endlich, du verdurst schon wegen dir. Ja, bist du, bist endlich da, bitteschön. Ja, danke. Ich hab das Wasser geholt und hab mich weggewiesen auf einmal. Naja, die hat die ganzen Attraktionen machen müssen. Naja, Attraktionen, super. Ich hab die fünf Stunden lang gesucht. Aber jetzt bin ich da, jetzt machen wir's gemeinsam. Ja, das kannst du vergessen. 18 Uhr ist der Family Park, später um 18 Uhr. Abmarsch, nach Hause. Mit der Action willst du? Nein, du hast genug Action gehabt. Geht schon. Aber wir kommen noch einmal her. Ja, aber nächstes Mal wieder.